Mein Name ist Georg S. Eisenhower. Ich bin der 41. Admiral der United States Navy. Seit nun mehr als 40 Jahren sehe ich auf amerikanischem Gewässer. Aktuell habe ich meine Hand über der Navy. Ich habe viele Soldaten gesehen, die über mir und unter mir waren und ich kann eins mit Sicherheit sagen, was ich über die Jahre gelernt habe. Soldat zu sein, das ist kein Beruf für jeder andere. Das ist eine Ehrensache. Man kämpft für Amerika, amerikanische Gesellschaft, Kinder Amerikas, Amerikas Nächste. Jedermann, der jetzt in diesem Moment in einem Schützengraben liegt oder auf einem stürmigen Gewässer liegt, dieser Mann hat den Respekt unserer Aller verdient. Damit stehe ich mit meinem Namen. George S. Eisenhower, 41. Admiral der United States Navy. Vielen Dank. Hallo, mein Name ist James Mike. Ich bin 30 Jahre alt und diene seit sieben Jahren für die US Navy. Ich liebe die Freiheit, die ich beim Fliegen spüren kann. Mein Name ist Luca Kanschenki. Ich bin seit ungefähr fünfeinhalb Jahren bei der US Navy. Von der Erfahrung, ja, ich habe sehr viel schon erlebt. Sehr viel im Kampf, auch nicht im Kampf. Untertitelung des ZDF für die Schöneidens. Ich bin seitens. 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 Now you'll never see me cry There's just no time to die I let it burn You're no longer my concern Faces from my past return Another lesson there To learn that I fall for life You are never on my side Fool me once, fool me twice Higher dead than paradise Crying away from my sheep I'll cry I'll cry I'm gonna die No No No, no No, no No, no 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020